Da sind sich alle einig. Auch Romana Echensperger kocht gerne, privat und ganz anders. Wir haben uns inzwischen angefreundet und sie hat sich bereit erklärt, zum Wein zu kochen. In meiner Küche. Ich bin auch oft in Israel und wie bei allen Ländern, die so rund ums Mittelmeer sind, gibt es ja diese Kultur der Tapas, Antipaste oder Metze, wie sie in Israel heißen. Und es ist halt einfach totales soziales Essen. Da wird einfach alles auf den Tisch gestellt und dann hockt man mit so einer Riesenbande Freunde um einen großen Tisch herum und dann wird kreuz und quer über den Tisch so gepickt. Und dann gibt es auch verschiedene Weine dazu. Da macht man sich jetzt nicht so im Kopf, passt jetzt der Wein genau zu dieser kleinen Speise oder nicht. Das ist eigentlich dann völlig egal. Es geht so ein bisschen um dieses Zusammenzeilen, sich des Lebens freuen und einfach ein paar Sachen, ein paar tolle, gute, leckere Sachen zu essen und mit einem tollen Wein zu genießen. Und dann einfach sprechen, lachen, diskutieren, sich des Lebens freuen. Also du nimmst das jetzt alles gar nicht so genau mit dem, was passt zu was und so. Ja, also nee, nicht immer. Also manchmal, wenn man dann irgendwie so ein spezielles Gericht kocht oder ich war jetzt in Japan zum Beispiel und dann isst man so einen ganz tollen Sushi-Restaurant, dann macht man sich natürlich Gedanken. Aber wenn man jetzt so irgendwie einfach mal so casual isst und einfach mal locker, dann finde ich auch, muss man sich doch nicht immer so einen Kopf machen. Wein ist Lebensfreude, finde ich. Sie fängt mit Baba Ganouche an, dem cremigen Auberginen-Mousse. Dazu braucht man unbedingt die Sesampaste Tahin. Die findet man inzwischen auch hier in jedem Supermarkt. Also jetzt gebe ich einfach die kompletten Auberginen hier drauf. Das sieht jetzt ein bisschen martialisch aus, aber dann geht das schneller. Man kann die, also man gibt die bei richtig Hitze in den Ofen. Eine halbe Stunde von einer Seite, eine halbe Stunde von der anderen Seite. Und man darf sich nicht schockieren lassen, wenn das außen so richtig schwarz wird und auch so ein bisschen verbrannt ist. Innen nimmt man ja dann das Fleisch dann raus, der Oberschiene. Und dann hat das so einen tollen Geräusch, hat einen Geschmack. Also das ist ja, das macht ja den Clou aus. Ich mach das total gerne. Also so auch zum Wein dazu, mit so einem schönen Pita-Brot und das ist gut abgeschmeckt. Das Fruchtfleisch muss jetzt mindestens eine halbe Stunde abtropfen. Ich würde sagen, wir machen jetzt schon mal so einen Küchenschluck, oder? Wir haben hier so schwer schuft in der Küche. Das ist jetzt ein Wein aus der oberen Galiläa, der White Tulip von der Tulip Winery. Und das ist halt so ein richtig schöner, süffiger, frischer Weißwein. Das ist eine Cuvée aus Gewürztraminer und Sauvignon Blanc. Eigentlich ein bisschen ungewöhnlich. Also in Deutschland ist man hier nur reinsäutige Weißweine. Eigentlich gewöhnt, das ist eben eine Cuvée. Und dann muss man jetzt richtig schön eisgekühlt. Das ist so ein Terrassenwein. Und eben auch in der Küche, wenn die Hausfrau ist und da hier ackert, dann ist das der ideale Küchenschluck. Und da gehen wir jetzt einfach so eine Kühlmanschette drüber. Weil der ja schön kalt ist. Ja, und hier oben haben wir dann schon weggetrunken. Weißt du, das kann dann nicht mehr warm werden. Also aus dem Aspekt sehr, sehr sinnvoll. Fierce. Das ist immer so ein bisschen so eine leicht ölige Textur. Der Sauvignon Blanc bringt aber nochmal so eine frische hinten raus. Die ist eine tolle Mischung. Das gefällt mir gut. Ja, ich liebe Sauvignon Blanc. Und das ist ja auch so ein Wein, ach du Würztraminer, den man sehr gut zu sehr stark gewürzt. Sagen wir Chinesen essen oder so. Genau, kann man super machen. Das ist ja gut, ne? Der ist trocken, also der hat ein paar Gramm Restzug, aber die merkst du nicht. Aber du hast halt dann nochmal so schön am Gaumen nochmal die ganze Frucht, die sich da so über den Gaumen verteilt. Das macht mir eigentlich Spaß. Und Sauvignon Blanc, wenn du 100% Sauvignon Blanc hast, hast du manchmal auch sehr intensive Aromen, aber einen sehr dünnen Körper. Und hier hast du diese Mischung, wo der Gewürztraminer dem Sauvignon so ein bisschen Fleisch auf die Rippen gibt. Das mag ich total gerne. Also du kannst das so gut erklären. Ich finde das super. Ja, das ist wirklich wahr. So kann man es ausdrücken. Und wir haben ja so auch von der so richtig so schlazige Gerichte. Ja, ja, genau. Und dann auch das Baba Ganouche oder halt auch dieser Chakshuka. Ich denke, da kann man gut mitarbeiten. Dann geht es weiter mit der Auberginencreme Baba Ganouche. So, das ist eben eine Sesampaste, die wird ja ganz oft verwendet. Hier haben wir noch ein bisschen Zitronensaft. Dazu Salz, gemeiner Kreuzkümmel, Knoblauch nach Geschmack und bei Bedarf etwas Wasser. Das Ganze wird püriert. Das Auberginenfleisch ist inzwischen gut abgetropft. Und dann dieses Teiner da oben drauf. Das wird dann sehr schön vermischt. Das ist so richtig, richtig schön schlazig. Reichlich glatte Petersilie. Jetzt musst du mir noch zeigen, wie das hier mit deiner Wundermaschine da mit den Granatapfelnkernen geht. Die Kerne sind köstlich, aber normalerweise schwer rauszukriegen. Das ist toll, oder? Das ist so eine schöne Frucht. Ah, ja. Und dann gibt man das da drauf. So. So. Deckel drauf. Ah, ja. Guck mal. Ja. Die kann man ja noch so ein bisschen mit der Hand schlafen. Da muss man noch ein bisschen ausfrübeln, das weiße, aber sonst geht's. Super. Die Granatapfelkerne mischt sie unter die Masse. Sie geben Säure und Biss. Abschmecken fertig. Und weiter geht's mit dem nächsten Gericht. Also jetzt machen wir das Schakschukka. Das kann, das muss so schön vor sich hin schmoren. Und da kann man so schöne, reife Paprika, Tomaten reinschneiden. Und das kann man auch immer so variieren, was halt auch gerade so jetzt Saison hat. Das kann man jetzt einfach so beliebig zusammenschneiden, schon fein schneiden. Aber das muss jetzt hier nicht so akribisch gehen. Ich hab auch mal in der Küche gearbeitet, als ich meine Ausbildung gemacht hab. Welche Ausbildung? Ich hab in der Restaurantfachfrau Ausbildung gemacht. Königshof in München damals. Und hab auch so ein Jahr Hotelfachschule gehabt in Altötting im Internat. Das war ganz toll. Das war total lustig. So richtig das Ursprung. Ja, ja, ja. Total lustig. Noch ein paar Tomaten. Gut. Bei Knoblauch. Das sollten wir jetzt bei dem Gericht nicht sparen. Und nachdem wir ja jetzt alle Knoblauch essen, dann ist das ja kein Problem. Können wir mal vor uns hin stinken. Also ich würde jetzt da mal so drei, so zehn machen. Also schon gut. Und das macht nichts, wenn man Wein trinkt? Ich meine... Ach nee, du... Also... Ich weiß es nicht, wenn du jetzt so... Ich war ja auch Langsommelier... Ach, ich weiß auch nicht. Ich würde sagen, nein. Hauptsache schmeckt. Du nimmst jetzt den Leuten so ein bisschen die Ehrfurcht, die Angst davor, dass man den falschen Wein trinkt. Natürlich. Also ich meine, Wein ist Lebensfreude. Und wenn man die Dinge so kompliziert macht, dass man eigentlich das eher irgendwie verklemmt, dem gegenübersteht, dann hat man ja schon was falsch gemacht. Ich weigere mich da. Und dann muss man einfach alles anschwitzen. Richtig schön. Dass das so richtig schön zusammenschmorgelt. Ein bisschen getrocknete Chili. Und dann gibt sie das Gemüse, eine Dose gestückelte Tomaten und ein wenig Wasser in den Topf. Damit sich das auch schön schmoren kann. Jetzt wird gewürzt. Und wir geben auch Salz. Das ist ja diese süße Paprika hier. Und wieder Kreuzkümmel. Das ist ja schon auch sehr intensiv, oder? Aber der Kürt, der gibt schon so einen Pfiff dann da auch rein. Er hat auch gleich diese Richtung. Total. Diese orientalische Küche. Denn das ist ja im Prinzip, sind ja die Berichte auch sehr ähnlich. Ich meine, sie sind jetzt israelisch, aber die kann genauso libanesisch sein. Arabisch sein, ne? Total. Ja, das ist ja alles aus einer Ecke. Das Gemüse muss jetzt richtig einkochen. Die Zutaten für das nächste Rezept sind ähnlich. Dazu kommen Mangos und Hackfleisch. Kennst du diesen Koch Tom Franz? Hast du von dem schon mal gehört? Das ist so ein Deutscher, der nach Israel irgendwie ausgewandert ist und dort eine Kochshow gewonnen hat. Also ganz witzig. Und der hat auch ein tolles Kochbuch. Und da habe ich dieses Rezept da eben raus mit diesen Hackfleischbällchen, mit dieser tollen Paprika-Mango-Soße. Die finde ich ganz, ganz super und gut. Und dann dachte ich mir, Mensch, nachdem ja der Rest eigentlich alles vegan ist, das ist mir jetzt auch jetzt irgendwie aufgefallen, ich komme aus Bayern, ich bin alles andere als vegan. Irgendwie fehlt einem das ja dann auch da gar nicht. Aber dann machen wir eben da diese Fleischbällchen dazu. Wir machen ja diese Hackfleischbällchen schön klein. Und die Nüsse geben dann nochmal so ein extra Biss dann auch da rein. Und die kann man auch super vorbereiten. Ich weiß nicht, wir haben zu Hause wirklich immer viel Gäste auch. Und da will ich auch die Zeit mit meinen Gästen verbringen. Und dann haben wir hier das Rinderhack. Man kann jetzt auch ein bisschen, das könnte man jetzt auch mit ein bisschen Lammhack noch machen. Aber Lamm mag nicht jeder. Was musst du dir da gehen jetzt? Das ist einfach ein bisschen Semmelbrösel, damit es auch bindet. Also ich weiß nicht, ich mache das immer auch so frei Schnauze. Also man hat dann irgendwie so ein Rezept dann mal so gesehen und dann... Auch Knoblauch und Zwiebeln macht sie frei Schnauze rein. Also man könnte die jetzt noch so ein bisschen anschwitzen vorher, aber ich mache das immer nicht. Bei diesen Rezepten geht nur glatte Petersilie. Die sind ja eh aus deinem Garten, jetzt muss ich sie auch nicht mehr waschen, oder? Das darf ich einfach so nehmen. Okay, gut. Die tue ich jetzt auch fein hacken. Bisschen Pfeffer. Salz, den obligatorischen Kreuzkümmel und Paprikapulver. Also ich gebe das ja immer so in die Schüssel rein und ich knete das mit der Hand. Also das muss man ja so richtig schön hier so durchmanschen. Wenn die Masse gut durchgeknetet ist, werden daraus möglichst kleine Bällchen gerollt. Zu den Frikadellen gibt es eine Gemüsesoße aus grob geschnittenen Paprika, Tomaten und... Immer der Knoblauch, den kann man hier so drauf geben. Ja, dann kommt auch ein bisschen Mango rein. Oh, die sind schön reif, die hast du toll gekauft. Wow. Das ist Israel. Wow. Jetzt muss ich mal gucken, weil man muss ja immer gucken, wo die Längsseite ist. Ich würde das jetzt mal sagen so. Ah, nee. Falsch angefangen. So. Da müssen wir jetzt richtig gucken, dass wir ganz viel da runter bringen. Da muss man sich jetzt nicht kümmern drum, ob das jetzt hier schön aussieht, weil das ja alles dann auch gemixt wird. Da kommt Pfeffer drauf. Dann ein bisschen Cayennepfeffer von dem Kreuzkümmel auch drauf. Dann kann man das halt auch einfach einmal dann so durchmischen, dass das so richtig überall verteilt ist. Ja, das ist auch wunderbar. Bei 180 Grad eine halbe Stunde in den Backofen. In der Zwischenzeit kann man die Hackbällchen braten. Hier schmuggelt auch schön vor sich hin. Die könnte man jetzt noch ein bisschen kleiner machen. Ah ja, aber in der Hausfrau. Genau. Also ja, einfach, dass du so ein bisschen röst. Und wir tun die ja dann sowieso noch mal in den Ofen bei Ober- und Unterhitze. Dann ziehen die richtig schön durch. Und werden dann auch noch mal so richtig knusprig. Ein bisschen runter machen. Zunächst stellt sie jetzt aber die Shaksuka fertig. Also man sieht ja jetzt hier, dass sie sich zusammengekocht hat. Und dann geben wir am Schluss noch mal so ein bisschen Tomaten dazu. So, und dann brauche ich mal den Bären. Der muss mir jetzt hier mal assistieren. Guck mal, du musst dann so ein kleines Loch machen in die Masse und den Löffel so halten. Und ich schmeiße, ich tue dann da das Ei rein. So, und das muss jetzt dann stocken. Kannst du rausnehmen. Das bleibt jetzt so. Deckel drauf und warten, bis die Eier gestockt sind. So sollen sie dann sein. Das Eiweiß fest und das Eigelb noch etwas flüssig. Bestreut mit einer orientalischen Gewürzmischung. Und jetzt kommt halt hier der Sarte noch drauf. Das ist einfach mal auch ein schnelles Abendessen, finde ich. Und das misst man so? Mit diesem Fladenbrot dazu. Und dazu trinkt man Wein. Das machen wir einfach so. Das Gemüse für die Soße zu den Fleischbällchen ist nun auch gar. Es kommt in den Mixer und wird fein püriert. Wer es ganz perfekt will, kann es auch noch durch ein Sieb streichen. Aber Romana findet, dass es so in Ordnung ist. Wie ich. Die Frikadellen waren noch mal im Backofen und sind jetzt durchgebraten. Darauf kommt die abgeschmeckte Mango-Tomaten-Soße. Ich würde sagen, jetzt gibt es mal was zu essen, oder? Ich habe jetzt richtig Hunger. So, bitteschön. Meine schönen Fleischbällchen hier. Perfekt. Auf zum Essen. Aber vorher gibt es noch einen anderen Wein. Jetzt machen wir einfach mal einen Rotwein dazu. Du kannst auch einen kräftigen Weißwein dazu nehmen mit den ganzen Gewürzen. Aber ich dachte mir, nehmen wir doch mal noch so einen schönen mediterranen Rotwein. Ein Carignan. Jetzt auch noch mal aus Israel. Und der hat auch so ein bisschen was Rustikales. Also im besten Sinne des Wortes. Das ist jetzt nicht so ein geschliffener Ha-Ha-Ha-Wein, sondern der zupackend. Es ist ja interessant, was du da alles rausschmeckst. Aber wenn man das erklärt kriegt, dann versteht man es auch besser. Und das ist dein Job, gell? Genau. Also ich versuche das den Leuten zu erklären, weil desto mehr man über Wein weiß oder hört, umso vielfältiger wird der Genuss. Ich würde am liebsten andauernd mit dir Wein trinken. Ja, das können wir gerne machen. Auch Romanas Metze sind einfach unwiderstehlich. Gut gewürzt und kräftig.